2 2 2 1 was gehabt willkommen zu einem erneuten video ganz kurz und knackig mario kart action ich habe alle zerstört viel spaß mit dem video like abonnieren kommentieren für den algorithmus nicht vergessen und viel spaß ja drückt mich halt weg ach junge was fahr ich hier gerade zusammen katastrophe das war gut das war gut Münzen mitnehmen hoffentlich nimmt er den Kalle ja ok geist Dinger was fahr ich hier zusammen katastrophe katastrophe ja ok die geist fahrrad wie ein besoffener bin einfach dritter die lobby ist so trash da muss man eigentlich jede runde erste werden wirklich oh das war geil das war sehr stark aber gemacht oh woher die gesehen oh 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 kommt weiter 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 die hat noch eine rote hinter mir vor mir am arsch das nicht gut bitte was gutes pilz muss man gut einsetzen jetzt der pilz war so gut das war so gut digga erster digga der beste jungen der beste digga gefahren wie ein besoffener aber der beste ok jetzt abfahrt ach oh Junge wegen seinem scheiß Windschatten ey ich ja ich ja ich 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 ja ich ich ja ich 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 ja ok digga was passiert hier gerade ist aber noch alles offen ist regenbogenboulevard ausreizen rakete ausreizen wichtig das war eine so schlechte rakete und mein gott das war eine gut ich habe auf dem fünften blitz oh mein gott was für geschenke hatte ich da gerade oh mein gott oh mein gott ja egal ich habe ihn noch klein gemacht ich hatte einfach rakete und blitz ich habe auf dem fünften grad blitz ich hoffe das rettet jetzt meinen arsch ich hatte schon zweimal geist die runde so asozial also wirklich wir müssen noch mal attackieren wir müssen noch mal attackieren sonst läuft das nicht zweiter kann man voll mit leben dafür dass ich gefahren bin wie ein besoffenes fährt oder wie man es nennt liken kommentieren abonnieren nicht vergessen ich küsse euer herz abfahrt das ist doch 200 man das ist viel zu schnell alter für mich hier muss man bremsen und so hey man es ist halt nichts für mich es ist viel zu schnell ich weiß gar nicht was abgeht hier ah shit Ey, ich hab doch meine Banane gerade gemacht! Ey Digga, was? Ich hab schon meinen Drift gemacht. Boah, das war so gut gefahren, noch am Ende. Digga zerstört, Digga, zerstört, Junge! Geil, Digga! Geil, Junge! Die Tröte auf dem ersten, nochmal kurz vorm Ziel. Und dann haben wir... 4 Drohne jetzt, ne? 4 Drohne für Video. Kieseland, ja man, geile Map. Pilze aufbewahren auf der Map, ganz wichtig. Jetzt konzentrieren wir mal richtig. So wie die erste Runde. Digga, hab ich grad echt kein Geschenk bekommen, Junge, what the fuck? Wie bitte, wie? Wie ist das möglich? Aber 5 Münzen ist schon sehr gut, muss ich sagen. Aber 5 Münzen ist schon sehr gut, muss ich sagen. Na, hab gechockt! Egal, einfach mal attackieren, der hat nix am Arsch. Ersten holen, zack! Scheiß Geist, Digga, Junge, Junge. Ich hasse den Geist. Die Tröte hätte ich aufbewahren sollen, falls ein für die Ersten kommt, ja. Die Tröte hätte ich aufbewahren sollen, das war nicht gut. Das ist es. Das bringt mich wieder in die Top 3. Diese 3 Pilze, wartet ab. Mit Ansage sogar. Digga, dieser scheiß Geist, man. Unfassbar, wirklich. Unfassbar. Der Geist klaut nur bei mir Sachen. Ja, als ob, Digga! Leck mich doch am Arsch, man. Ja, jetzt fahr ich auch noch wie so ein Dulli. Oh, ich hab fast kein Geschenk bekommen. Es wär Untergang. Ja, gutes Geschenk. Gutes Geschenk. BIPP! 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 Dieser Stern war geil, Digga! Ja, man! Dieser Stern war richtig geil. Dieser Stern war so heftig, Alter. Einfach gut ausgenutzt, dieses Stern. muss ich auch mal so sein einfach gut professionell ausgesucht er ausgenutzt